KALT Detlef Bierstadt Lieutenant Vincent de Gosta stand in dem proppevollen Korridor vor der Tür zur Zwei-Zimmer-Wohnung von Nora Kelly und Bill Smithback. Er versuchte, die feuchten Arme von seinem Polyesterhemd zu lösen und war sehr zornig, was aber gar nicht gut war. Er holte tief Luft und stieß sie wieder aus, um seine Wut vielleicht auf diese Weise loszuwerden. Die Wohnungstür ging auf. Ein hagerer, gebeugter Mann trat aus der Wohnung. Er schleppte einen Sack mit Gerätschaften und schob einen Aluminiumkoffer vor sich her. »Wir sind fertig, Lieutenant!« De Gosta schaute auf die Uhr. 15 Uhr. Die Leute von der Spurensicherung hatten lange gebraucht. Sie waren besonders sorgfältig vorgegangen. Ihnen war klar, dass er und Smithback sich schon lange kannten. Es ärgerte ihn, dass sie sich mit gesenktem Kopf an ihm vorbeistahlen, ihn von der Seite ansahen und sich fragten, wie er mit der Sache wohl fertig werden würde, ob er den Fall abgeben würde. Aber der Gosta dachte nicht daran, diesen Mordfall abzugeben. Niemals. Außerdem war die Sache glasklar. Der Täter war so gut wie verurteilt. Sie hatten ihn praktisch auf frischer Tat ertappt. Jetzt mussten sie den Dreckskerl nur noch finden. Der letzte Mitarbeiter des Spurensicherungsteams kam aus der Wohnung und checkte aus. Der Gosta blieb allein mit seinen Gedanken zurück. Eine Minute lang stand er auf dem inzwischen menschenleeren Flur und bemühte sich, seine angespannten Nerven zu beruhigen. Dann streifte er ein paar Latexhandschuhe über und ging zur offenen Wohnungstür. Die Leiche war natürlich abtransportiert worden, aber sonst hatte man nichts angerührt. Dort, wo der Eingangsflur im rechten Winkel abbog, waren ein schmaler Streifen des dahinterliegenden Zimmers und eine Blutlache zu erkennen, zudem blutige Fußabdrücke und der Abdruck einer Hand, die an der cremefarbenen Wand hinuntergezogen worden war. Der Gosta machte einen Schritt über die Blutlache und blieb vor dem Wohnzimmer stehen. Ledersofa, zwei Sessel, umgestürzter Beistelltisch, weitere Blutflecken auf dem Perser-Teppich. Er ging langsam bis zur Zimmermitte, wobei er ganz vorsichtig mit seinen Schuhen mit den Krebssohlen auftrat, blieb stehen, drehte sich um und versuchte, sich das Tatgeschehen zu vergegenwärtigen. Der Gosta hatte das Team gebeten, umfangreiche Proben der Blutflecken zu nehmen. Es gab da überlappende Muster von Blutspritzern, die er abklären wollte. Er hatte Fußabdrücke, die sich durchs Blut zogen, übereinanderliegende Abdrücke von Händen. Smithbeck hatte sich wie ein Löwe gewehrt, ausgeschlossen, dass der Täter geflohen war, ohne DNA-Spuren hinterlassen zu haben. Auf den ersten Blick handelte es sich um ein simples Verbrechen, einen schlecht geplanten, schmutzigen Mord. Der Täter hatte sich mit einem Hauptschlüsselzutritt zur Wohnung verschafft. Smithbeck hielt sich im Wohnzimmer auf. Der Mörder stach auf Smithbeck ein, was diesen sofort stark in die Defensive drängte. Dann hatten Täter und Opfer gekämpft. Der Kampf hatte sich in der Küche fortgesetzt. Smithbeck hatte versucht, sich zu bewaffnen. Die Messerschublade stand halb offen. Am Griff und auf dem Küchentresen befanden sich blutige Abdrücke von Händen. Er hatte sich aber kein Messer schnappen können. Verdammt schade. Hatte währenddessen einen Messerstich in den Rücken bekommen. Dann hatten sie noch einmal gekämpft. Inzwischen musste Smithbeck ziemlich übel verletzt gewesen sein. Überall auf dem Boden waren Blut und Rutschflecken von nackten Füßen. Aber der Goster war sich ziemlich sicher, dass auch der Täter mittlerweile blutete. Blutete, Haare und Fasern verlor, keuchte und schnaufte vor Anstrengung. Vielleicht Speichel und Schleim verspritzte. Es war alles da. Und er war überzeugt davon, dass das Spurensicherungsteam nichts übersehen hatte. Die hatten sogar mehrere Dielenbretter ausgesägt und mitgenommen. Darunter auch mehrere mit Messerspuren. Sie hatten Stücke aus der Trockenbauwand herausgeschnitten. Fingerabdrücke von allen Oberflächen genommen. Jede Faser eingesammelt, die sie finden konnten. Der Goster ließ den Blick weiter durch das Zimmer schweifen, während in seinem Kopf der Film über das Verbrechen weiter ablief. Schließlich hatte Schmissbeck sehr viel Blut verloren und war so weit geschwächt gewesen, dass der Mörder ihm den Todesstoß versetzen konnte. Laut Aussage des Pathologen war das Messer mitten durchs Herz gestoßen worden und hatte sich mehr als einen Zentimeter tief in den Fußboden gebohrt. Der Täter hatte es, um es herauszuziehen, so heftig gedreht, dass das Holz gesplittert war. Der Goster merkte, dass er wieder eine ungeheure Wut und Trauer empfand. Auch dieses Dielenbrett war herausgesägt worden. Nicht, dass all die Aufmerksamkeit für Details einen großen Unterschied machte. Sie wussten ja schon, wer der Täter war. Es konnte dennoch nie schaden, Beweismittel anzuhäufen. Man wusste ja nie, mit was für Geschworenen man es in dieser verrückten Stadt zu tun haben würde. Und dann war da noch dieser bizarre Krempel, den der Mörder zurückgelassen hatte. Ein zermanschtes Gebinde aus Federn, verschnürt mit grünem Bindfaden. Ein Kleidungsstück, bestickt mit knallbunten Pailletten. Ein kleines Beutelchen aus Backpapier mit einer merkwürdigen Zeichnung darauf. Der Mörder hatte das alles in die Blutlache gelegt, wie Opfergaben. Die Jungs von der Spurensicherung hatten die Sachen zwar alle mitgenommen, aber sie standen der Goster noch deutlich vor Augen. Eine Sache hatten die Spurensicherungsleute allerdings nicht mitnehmen können. Das eilig hingekritzelte Bild an der Wand. Zwei Schlangen, die sich um irgendein merkwürdiges, stachliges Etwas wandten. Dazu Sterne und komplizierte Linien und ein Wort, das aussah wie Dambala. Das Bild war ohne Zweifel mit Smithbacks Blut gemalt worden. Aus dem Bad drang ein Geräusch. Der Wasserhahn, der auf- und zugedreht wurde. Jemand von der Spurensicherung befand sich also noch in der Wohnung. D'Agostar ging hin, packte den Türgriff und stellte fest, dass die Tür abgeschlossen war. »Hey, Sie da drin! Was machen Sie da?« »Nur einen Moment«, ließ sich eine Stimme vernehmen. D'Agostars Erstaunen verwandelte sich in Verärgerung. Der Idiot war auf die Toilette gegangen und das an einem versiegelten Tatort. Unfassbar. »Machen Sie die Tür auf, mein Freund! Sofort!« Die Tür sprang auf und vor ihm stand Special Agent A.X.L. Pendergast. Reagenzgläser in der einen Hand, Pinzette in der anderen, eine Juwelierlupe an einem Stirnband auf dem Kopf. »Vincent«, begann er in seinem vertrauten Tonfall, »es tut mir so leid, dass wir uns unter solch unglücklichen Umständen wiedersehen.« D'Agostar starrte ihn entgeistert an. »Pendergast! Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie wieder in der Stadt sind!« D'Agostar steckte Pinzette und Reagenzgläser in seiner Arzttasche. »Der Mörder war weder hier drin noch im Schlafzimmer. Eine recht offensichtliche Schlussfolgerung, aber ich wollte sicher gehen.« »Ist das jetzt ein Fall für das FBI?«, fragte D'Agostar und folgte Pendergast durch das Schlafzimmer ins Wohnzimmer. »Streng genommen nicht.« »Dann arbeiten Sie also wieder frei.« »So könnte man es ausdrücken.« Er drehte sich um. »Ihre Meinung?« D'Agostar legte seine Rekonstruktion des Verbrechens dar, während Pendergast nickte. »Nicht, dass das einen großen Unterschied macht,« fasste D'Agostar zusammen. »Wir wissen ja bereits, wer der Dreckskerl ist. Wir müssen ihn nur noch finden.« Pendergast hob die Brauen. »Er wohnt hier im Haus. Wir haben zwei Augenzeugen, die den Täter gesehen haben, als er das Gebäude betreten, und zwei, als er es verlassen hat. Von oben bis unten mit Blut besudelt, ein Messer in der Hand. Er hat Nora Kelly, Smithbacks Frau, attackiert, als er die Wohnung verließ. Hat es versucht, sollte ich sagen. Aber der Kampf hat die Nachbarn alarmiert, und da ist er geflüchtet. Sie haben ihn genau erkannt, die Nachbarn, meine ich. Nora liegt im Moment im Krankenhaus, eine kleine Gehirnerschütterung.« Pendergast nickte kurz. »Der Arsch heißt Fearing. Colin Fearing. Arbeitsloser britischer Schauspieler. Apartment 214. Er hat Nora ein-, zweimal in der Lobby belästigt. Für mich sieht das nach einer Vergewaltigung aus, die außer Kontrolle geraten ist. Fearing hatte vermutlich gehofft, Nora allein in der Wohnung anzutreffen, aber stattdessen war Smithback da. Kann sein, dass er den Schlüssel aus dem Schlüsselschrank des Hausmeisters entwendet hat. Ich lasse das gerade von einem Beamten überprüfen.« Diesmal nickte Pendergast allerdings nicht bestätigend. Nur der übliche, undurchdringliche Ausdruck lag in seinen blassblauen Augen. »Wie auch immer, der Fall ist glasklar«, sagte der Goster. »Nicht nur Nora hat ihn identifiziert. Er ist auf den Videobändern der Security des Gebäudes zu sehen. Eine Oscar-reife Darstellung. Kommt rein und geht raus. Von dem Moment, als er das Gebäude verließ, haben wir eine Frontalaufnahme. Wie er, Messer in der Hand, von oben bis unten mit Blut besudelt, seinen Hintern durch die Lobby schleppt, den Pförtner bedroht und dann abhaut. Da kann sich der Dreckskerl nicht rausreden.« »Ein glasklarer Fall«, sagten sie. Der Goster hörte einen Zweifel in Pendergasts Stimme. »Ja«, sagte er, »glasklar. Der Pförtner wird im Moment befragt. Meine Leute warten auf mich. Er wird einen fabelhaften Zeugen abgeben. Möchten Sie ihm irgendwelche Fragen stellen, bevor wir ihn nach Hause schicken?« »Mit dem größten Vergnügen. Aber bevor wir nach unten gehen«, Pendergast unterbrach sich. Er griff in die Brusttasche seines Anzugs, zog ein gefaltetes Dokument hervor und hielt es der Goster hin. »Was ist das?« Der Goster nahm das Schriftstück entgegen, faltete es auseinander und betrachtete den roten notariellen Stempel. Colin Fearings Sterbeurkunde. Vor zehn Tagen datiert. Gefolgt von der etwas gespenstischen Erscheinung Pendergasts betrat der Goster das Security-Kabuff des Gebäudes 666 West End Avenue. Der Pförtner aus der Dominikanischen Republik namens Enrico Mosque saß auf einem Metallhocker. Er trug einen schmalen Schnurrbart. Bei ihrem Eintritt sprang er erstaunlich behände auf. »Sie diesen Sohn einer Hure finden?«, sagte er. »Sie ihn finden. Mr. Smithbeck, ein guter...« Der Goster legte sanft eine Hand auf die adrette Uniform des Mannes. »Das hier ist Special Agent Pendergast vom FBI. Er wird uns helfen.« Er musterte Pendergast. »Gut. Sehr gut.« Der Goster hatte noch nicht ganz begriffen, was das Dokument, das Pendergast ihm gezeigt hatte, bedeutete. Möglicherweise gab es zwei Colin Fearings oder dem Rechtsmedizinischen Institut war ein Fehler unterlaufen. »Sie haben schon viele Fragen beantwortet, Mr. Mosque,« fuhr der Goster fort, »aber Agent Pendergast hat noch ein paar.« »Keine Schwierigkeit. Ich beantworte Fragen zehn, zwanzig Mal. Wenn hilft, diesen Sohn einer Hure zu schnappen?« Leise sagte Pendergast, »Mr. Mosque, beschreiben Sie doch bitte einmal, was Sie gesehen haben. Von Anfang an.« »Dieser Mann, Fearing, er kommt gerade an, als ich jemanden zu Taxi bringe. Ich habe gesehen, wie er das Gebäude betreten.« Er sah nicht besonders gut aus, als ob er sich geprügelt hätte, das Gesicht geschwollen, von einer komischen Farbe zu blass. Er auch irgendwie komisch gegangen, langsam. »Wann hatten Sie ihn das letzte Mal gesehen? Vor diesem Mal?« »Vielleicht zwei Wochen. Ich glaube, er war in verreist.« »Fahren Sie fort.« »Er gehen also an mir vorbei in den Fahrstuhl. Einem bisschen später kommen Mrs. Kelly zurück ins Gebäude. Vielleicht fünf Minuten vergehen. Dann er kommt wieder heraus. Unglaublich. Ist von oben bis unten mit Blut beschmiert. Hält ein Messer in der Hand. Taumelt, als ob verletzt. Ich versuche, ihn zu packen. Aber er geht mit Messer auf mich los. Dann er sich umdrehen und rennt davon. Ich Polizei rufe ihn.« Und dann, als er das Gebäude wieder verließ, war sein Gesicht blutverschmiert? »Nicht Gesicht. Blut überall. An Händen, Kleidern, Messer.« Pendergast schwieg einen Augenblick. Dann sagte er, »Und wenn ich Ihnen nun sage, dass Colin Fearings Leichnam vor zehn Tagen im Harlem River gefunden wurde?« »Wenn Sie mir nicht glauben, dann bitten ich Sie, sehen Sie sich Video an. Der Mann auf dem Band ist Colin Fearing. Irgendeine Leiche in Fluss mich nicht interessieren. Der Mörder ist Colin Fearing. Ich weiß, Sie den Sohn einer Hure finden.« Als Pendergast und D'Agosta auf die West End Avenue hinaustraten, erfrischte die kühle Oktoberluft sie nach der stickigen Enge in der Wohnung. Pendergast deutete auf einen Rolls-Royce, der am Randstein parkte. D'Agosta sah den kräftigen Umriss von Proctor, Pendergasts Chauffeur auf dem Fahrersitz. »Soll ich Sie in die Stadt mitnehmen?« »Sehr gern.«